Hallo und herzlich willkommen zurück bei Uri in the Blind Forest. Wir suchen hier das vierte Teilchen, um die eine Tür aufzumachen und wir haben hier das letzte Mal einen kleinen Geheimgang übersehen. Und zwar ist es eigentlich schon direkt vor unserer Nase gewesen, wir haben es nur einfach nicht gefunden, wie wir da reinkommen. Und ich treffe gerade diesen kleinen grünen Frosch nicht. So, stirb doch, stirb, aua. So, jetzt haben wir das vierte. Wo müssen wir hin? Öh, wo war die Tür? Was? Hier? Oder wo? Ich finde die Tür nicht mehr. Hier unten war doch irgendwo eine Tür, die man damit öffnen konnte. Jetzt gucken wir erstmal. So, jetzt fallen wir hier bitte hier nicht rein. Das wäre noch sehr super. Und nein, 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 lass mich in Ruhe. So, jetzt haben wir ihn. Nee, hier war er auch nicht. Gut. Puh, wir haben kaum Leben mehr. Gut, das war eng, eng, eng. Lass mich doch alle in Ruhe. Aber wir sollten mal speichern, sonst sind wir hier gleich tot. Das können wir doch gut, aua, vermeiden. So. Aua, jetzt fliegt auch hier. Dankeschön. Hier oben waren wir gerade. Ach, da unten war doch auch eine Tür, oder? Konnten wir zu der hin? Ja, genau, die habe ich gesucht. Und rein geht's. Tada! Erstmal wieder diesen... Oh, das wird eng. Eng, 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 eng. Schnell, schnell, schnell. Au. Wie kommen wir da jetzt rein? Ach, so. Gut, dann können wir jetzt hier... Oh. Aua. Oh, nö. Wir hatten zu viele. Scheiße. Wie sind wir da jetzt geflogen? Äh, ich glaube hier, oder? War das hier? Oh, Leute. Nee, das war hier. Genau. Weil hier sind wir auf dem... Ja. Genau. So wollte ich es eigentlich genau nicht machen. Kann man den hier gar nicht treffen. Oh, der ist aber auch doof platziert hier. So, aber den weichen wir diesmal aus. Und schwupps. Rüber geht's. Und diesmal speichern wir auch. Dann sind wir wieder irgendwo im Nirgendwo. Das kann ich ja gar nicht gebrauchen. So. Jetzt hier die Tür. Lass mich durch. Dann speichern wir auch gleich. Das wird da drin jetzt wieder sterben und dann... Oh, nö. Oh, nö. Ja, eigentlich ist hier richtig doof. Jetzt nehmen wir die mal vor. Den. So. Ach, das finde ich hier toll. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe, du Spinner. Okay, wir machen vorher hier den Durchgang auf. So. Oh, das war eng. Und Pau. Hallo? Wieso? Ach, egal. Komm, dann lass man eben leben. Wenn er unbedingt möchte. Oh, da geht's hier hoch. Wie soll man denn da reinkommen? Oh, das ist ja bescheuert. Hm. Weiß ich noch nicht. Und dafür werden wir auch wieder eine neue Fähigkeit oder so wahrscheinlich dann irgendwann mal bekommen. Okay, Punkt nehmen wir auch gleich mit. Ups. Und weiter hoch geht's. Oh. Ach, da kriegen wir wieder gleich so einen. Und noch einen. Au. So. Und nochmal. Ach, wir erwischen nicht. So. Und jetzt aber schnell. Und durch, durch, durch. Hoch, 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 hoch. Was haben wir hier für eine Kugel? Was bist du? Ja. Ich kann den bewegen. Oder was kann ich mit dem noch machen? Okay. Und wo will ich den jetzt hin? Das ist natürlich wieder die Frage. Okay. Okay. Wahrscheinlich hier durch. Gucken wir mal. Wir können ja wieder zurückgehen und den holen. Und wo kommen wir runter? Wo sind wir? Ach, hier. Okay. Und wo kommen wir runter? Das ist natürlich die Frage der Fragen. So. Ach. Ach. Und so. Oh, was haben wir denn hier unten? Ach, dafür werden wir die Kugel brauchen wahrscheinlich. Und hier kommen wir wieder zurück, um die Kugel zu holen. Gut zu wissen. Okay. Aber wie? Ach, wir schießen die einfach mal nach unten und dann holen wir sie da durch. Ich glaube, das ist einfacher. So. Kann die verbrennen? Das wäre jetzt natürlich dann auch wirklich doof. Wenn wir die da runterrollen und die dann einfach ankokelt. Wir werden es gleich sehen. Oh. Was tut die? Ach, die fliegt nach oben. Ach so. Ja gut. Dann fliegen wir uns nach oben. Wieso nicht? Wo ist die jetzt? Ach, hier. Tch. Ist ja komisch. Äh, die Kugel soll... Nee, andersrum. Warte. Kugel, komm mit. Die Kugel soll hier hinter. Nein, 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 nein. Du bleibst schön hier. Genau. Und dich holen wir gleich eine Runde weiter. War das richtig? Ich glaube. Sehen wir ja gleich. Ob sie hier geblieben ist. Jo, ist noch da. Perfekt. Und dann schießen wir die Kugel... Bisschen höher. So. So. Jetzt müssen wir da zwischendurch. Und dann kommen wir hier auch vorbei. Ist natürlich sehr praktisch. Brauchen wir die dann nochmal? Ich weiß es ja nicht. Nee, da haben wir gleich noch eine. Was? Wieso kann... Kann ich... Ich will aber speichern. Natürlich ist das eine Safe Zone. Hm. Was passiert, wenn wir die da eigentlich direkt drauflegen? Nichts. Toll. Soll man das machen so? Nee. Ich glaube nicht. Hm. Aber wie kommt... Ach, die Kugel soll hier drauf. Jetzt verstehe ich. Kriegen wir die jetzt da auch wieder weg? Ja. So. Weil... Da fliegt sie ja dann in die Luft. Eigentlich. Hm. Das war zu weit, oder? Nee. Funktioniert. Ach, wieso? Du hältst aber jetzt hier. Ich hab Angst. Du spuckst mich nicht an. Spuck mich nicht an. Lass du auf. Aua. Danke. Ach, und jetzt? Okay, wir brauchen zwei Kugeln, Leute. Wir brauchen... Oder was ist das? So, und jetzt brauche ich die Kugel dann nicht mehr, oder wie? Ich hab Angst, da hochzuspringen. Hm. Okay, das hat schon mal nichts gebracht. Jo, so klappt's. Genau. Und jetzt schießen wir die wieder hoch. Und... Dann können wir weiter. Können wir jetzt... Oh, wieso ist die Zone dann unsicher? Ich empfinde diese Zone nicht als unsicher. So kann man die nicht... Oh. Da brauchte man also mehr Schmackes. Ich hab irgendwie Angst. Kann ich hier jetzt speichern? Ja, dankeschön. Huh. Da geht's ja richtig weit. Okay. Ja, so weit haben wir es jetzt bis ganz oben nicht mehr. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch da durch. Und dann haben wir es. Aber wahrscheinlich muss man da so komplett überall vorbei, dass man da irgendwie durchkommt. Was ist denn das da drin? Ja, schon noch schön zu wissen. Ja, das wird die eine... Oh, wollen wir vorher hin? Links oder rechts? Nehmen wir links. Oh, oh, oh. Ich hab Angst. Ja. Genau aus dem Grund. Oh, das wird doof. Hm. Dann speichern wir hier oben nochmal. Und jetzt wird's wieder kompliziert, dass wir das da ohne oft anzukommen hinkriegen. Oh, oh, oh. Ne, hoch, hoch, hoch. Nie. Ich wollte dann nochmal zurückfliegen und zwischenspeichern, dass wir da nicht alle immer doppelt holen müssen. Ah, das war unvorsichtig. So, jetzt ganz langsam. Ganz langsam sagte ich, wenn wir noch einmal anditschen, dann sind wir tot. So, kurz vorm Ziel. Hm. Knarrf. Ich will dich haben. Lass mich durch. Lass mich doch einfach durch. Ah, au, au. Ne. So, aber jetzt. Oh, dankeschön. Okay. Also, denn einen haben wir schon mal sicher. Das nächste Problem ist aber, wir dürfen jetzt da nicht mehr so oft dran tapsen fürs nächste. Das ist schon ganz hinten. Das ist ja sicher auch extrem doof gelagert. Okay, hier kommt man ja eigentlich ganz... Okay, wir dürfen genau einmal... Also, gar nicht ankommen. Das wird jetzt schwer. So, volle Konzentration, das kann ein bisschen dauern. Kann man eigentlich auf den draufstehen, da, wo es hier so, so... Nee, kann man nicht. Ja, wie machen wir denn da jetzt, dass wir... Oh, scheiße. Sowas... Ich glaube, da fehlt ein... Bei Maus und Tastatur so... Oh, das ist ja richtig scheiße gelagert. So ein bisschen das Fingerspitzengefühl. Das muss ich nämlich alle so ein bisschen mit kleinen Fingern lenken. Und irgendwie ist der bei mir so motorisch am schlechtesten veranlagt, habe ich das Gefühl gerade. Irgendwie, glaube ich, könnte man den Teil mit Gamepad besser steuern. Also, wie gesagt, ich spiele das Ganze... Ich spiele das Ganze hier mit Maus und Tastatur. Und... Viele spielen es eigentlich mit Controller, weil es wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher geht. Aber ich mag es eigentlich... Also, ich habe es jetzt angefangen mit... Ich habe es jetzt angefangen so, und jetzt will ich es eigentlich auch so fertig kriegen. Und... Sorry, wenn ich jetzt nicht so viel rede, aber... Es benötigt hier echt Konzentration. Scheiße, das war zu viel schon. So, jetzt aber hier. Oh, bitte, bitte, bitte. Oh, bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Oh, danke schön. Oh, danke schön. Oh, im Himmels Willen, danke schön. So, jetzt die Nächsten. Die werden sicher auch ganz lustig. Oh, nö. Es kann hier hier noch heiter werden. Oh, nö, nö, nö. Wie soll man denn da auch... Ist das alles so stark? Oh, nö. Bitte nicht. Es wäre richtig doof. Aber richtig. Kann, glaube ich, jetzt echt noch eine halbe Ewigkeit dauern. Ja, hier hinten kommt... Oh, das ist ja alles dann Stachel. Kann man da irgendwo mal landen? Hier vielleicht frühestens. Oh, nö. Von, wie soll man da so durchmanövrieren? So, so. Und, wie soll man da so durchmanövrieren? Und, wie soll man da so durchmanövrieren? Hm. So, ups, wir versuchen es jetzt erstmal, indem wir noch ein paar Läden zusammen kratzen. Puh, gut, das hier jetzt, okay, das war schon wieder mich. Puh, gut, das hier jetzt. So, wir probieren jetzt, glaube ich, erstmal ein paar Leben zu bekommen, weil sonst, glaube ich, ist das ein Ding für mich der Unmöglichkeit, um das hier hinzukriegen. So, haben wir da bitte, bitte, bitte kein Leben dabei natürlich. So, jetzt wäre die Frage, wenn ich jetzt hier hochfliege und da ganz oben Speichel ist, ist diese Blume dann wieder da? Das probieren wir jetzt, ehrlich gesagt, gleich aus. Ach, wir sind schon voll. Na, dann brauchen wir es gar nicht mehr ausprobieren. Dann haben wir vielleicht jetzt ein bisschen mehr Chancen, das hier oben hinzukriegen, wobei ich es immer noch für extrem schwer halte. so, also nochmal und jetzt ganz in Ruhe. Also, wir dürfen insgesamt dreimal ankommen. Oh shit. Das kann ja trotzdem ewig dauern. Aua. Nein. Da unten kann man vielleicht landen. Kann man das vielleicht? Oh, das war toll. 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 Hoch, hoch, hoch. Runter, runter, runter. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Nee. Nicht dein Ernst. Nee. 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 Oh, dankeschön. Danke, danke, danke. Danke. Und wie sollen wir jetzt da durchkommen? Wie? Wie? Oh Gott. Oh nee. Nicht deren Ernst. Warte, das probieren wir nochmal. Dann haben wir mehr Leben. Aber das kann doch nicht deren Ernst sein. Hier. Oh nö. Oh, Hilfe. Mama. Oh, lass mich doch... Was? Uns fehlt eins? Wie uns fehlt eins? Wo... Haben wir das jetzt nicht aufge... Ach. Wir haben vorher gespeichert. Okay. Gut. Uns fehlt keins. Auch okay. Wie komme ich da jetzt am besten heile, heile, heile durch? Oh, danke. Du... 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 Spuckst uns jetzt bitte nicht direkt ins Gesicht. Dann... Aua. Nee. Lass mich in Ruhe. Lass mich... Bitte, bitte, bitte... Einfach nur leben. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich hasse diese Stacheln. Aber noch mehr habe ich die Folgen davor gehasst. Ja, gehasst kann man jetzt nicht sagen. Ich spiele das Spiel natürlich immer noch zum Spaß. Aber das Level davor da... Es war richtig, richtig hart. Oh Gott. Oh, da sind jetzt wieder so... Kann ich jetzt nicht speichern? Doch. Aber jetzt ist hier kein Wind mehr, oder? Oh nö. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Wie komme ich da durch? Was kriegen die jetzt Neues? Wie und... Extra High Air. Okay, das probieren wir doch gleich mal. Was? Ach. Das ist ja schön. Probieren wir gleich nochmal. Okay, ich habe es kapiert. Wir müssen uns da seitlich dann fest angeln. Aber ich würde sagen, Leute, das machen wir dann wirklich erst in der nächsten Episode. Ciao. Das ist ja schön! Das ist ja schön! Das war gerade besagt. Wir Myers-Gertbal vom